Verdammt, die Lichterkette geht nicht mehr. Und das ist das Problem, wenn die Lichter in einer Reihenschaltung angeordnet sind. Wenn auch nur ein einziges Lämpchen kaputt geht, dann funktioniert gleich die ganze Kette nicht mehr. Aber warum ist das so? Um das Thema Reihenschaltung besser zu verstehen, wäre es gut, wenn du bereits weißt, was eine elektrische Spannung, ein elektrischer Strom, ein Widerstand und das Ohmsche Gesetz sind. Du brauchst nämlich die Formeln für jede dieser Größen. In dieser Reihenschaltung sind drei Widerstände hintereinander, also in Reihe, verbaut. Die Einzelwiderstände bilden zusammen den Gesamtwiderstand. Der Gesamtwiderstand ist ganz einfach Reihe 1 plus Reihe 2 plus Reihe 3. Je mehr Widerstände man also hintereinander schaltet, desto größer wird der Widerstand für den Strom. In einer Reihenschaltung fließt der Strom von einem Pol der Stromquelle durch jeden Widerstand hindurch zum anderen Pol. Der Strom kann ja nirgendwohin abzweigen. Die Stromstärke über jeden einzelnen Widerstand ist deswegen gleich. Es gilt also, i-Reihe Gesamt ist gleich i-Reihe 1 ist gleich i-Reihe 2 ist gleich i-Reihe 3. Für die Spannung gilt, i-Reihe Gesamt ist gleich i-Reihe 1 plus i-Reihe 2 plus i-Reihe 3. Wie kommt das? Damit ein Strom fließen kann, muss immer eine Gesamtspannung, i-Reihe Gesamt, an der Spannungsquelle angelegt werden. Das ist die Spannung, die über die ganze Schaltung hinweg, also über alle drei Widerstände, abfällt. Dieses Abfallen geschieht nach und nach über jeden einzelnen Teilwiderstand. Und wenn du diese drei Teilspannungen zusammen addierst, dann muss am Ende die Gesamtspannung herauskommen. Und das sind die drei wichtigen Formeln für die Reihenschaltung. Die Widerstände addieren sich, die Stromstärke bleibt gleich und die Spannung addiert sich. Zusammen mit dem Ohmschen Gesetz bilden sie alles, was du brauchst, um mit Reihenschaltungen rechnen zu können. Erinnern wir uns zurück an die Lichterkette. Warum leuchtet die nicht mehr, wenn nur eine Lampe kaputt ist? Der Strom fließt von einem Pol zum anderen durch die Lampen, die ja Widerstände sind, hindurch. Geht eine von den Lampen kaputt, ist der Stromkreis unterbrochen und der Strom kann nicht mehr fließen. Bei einer Reihenschaltung bedeutet das, dass der ganze Stromkreis komplett unterbrochen ist und überhaupt kein Strom mehr fließen kann. Jetzt musst du also die kaputte Lampe suchen und sie austauschen. Dann funktioniert die Lichterkette wieder. Das ist ein Nachteil von Reihenschaltungen in Lichterketten. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Lampen in einer Reihenschaltung schwächer leuchten, je mehr Lampen in einer Kette sind. Aber woran liegt das? Wir schließen die Lichterkette an eine Steckdose mit 230 Volt an. Jede Lampe hat einen Innenwiderstand. Damit alle gleich hell leuchten, beträgt dieser bei jeder Lampe 1150 Ohm. Da alle Glühbirnen den gleichen Widerstand haben, fällt über jeder die gleiche Spannung U-Lampe ab. Und damit ist U-Lampe gleich 230 Volt geteilt durch 4 und das sind 57,5 Volt. Mit dem Ohmschen Gesetz erhalten wir dann den Strom. 0,05 Ampere. Was würde nun passieren, hätte unsere Kette 5 Lampen? Dann fiel über jeder einzelnen Lampe nur noch eine Spannung von 46 Volt ab. Die Spannung wird also kleiner. Der Strom wäre damit 0,04 Ampere. Über eine einzelne Lampe fällt also eine kleinere Spannung ab und es fließt ein kleinerer Strom. Das heißt, dass die Lampe schwächer leuchten wird. Neben der Reihenschaltung gibt es noch eine andere wichtige Grundschaltung, nämlich die Parallelschaltung. Würde man für eine Lichterkette eine Parallelschaltung verwenden, dann blieben alle Lampen immer gleich hell und wenn eine Lampe durchbrennt, würden die anderen noch leuchten. Die Reihenschaltung hat hier aber einen entscheidenden Vorteil. Sie ist energieeffizienter als die Parallelschaltung. In einer Reihenschaltung kann man viele Lämpchen hintereinander schalten und der Energieverbrauch bleibt niedrig. In einer Reihenschaltung kann man viele Lämpchen hintereinander schalten und der Energieverbrauch bleibt.